Die Gallier proben den Rentenaufstand. Frankreich streikt gegen Rentenpläne Macrons, was wir Deutschen von unseren französischen Nachbarn lernen können. Mein Name ist Peter Knöbbel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. In Frankreich wird gestreikt, aber nicht nur so ein bisschen. Sondern so ein bisschen viel. Viele hunderttausend Menschen gehen auf die Straße. Die Nachfahren von Asterix und Obelix, Karl des Großen, des Sonnenkönigs und Charles de Gaulle zeigen uns in Deutschland, wie es gehen kann, wenn es um Einschnitte in soziale Rechte geht. Frankreich geht auf die Straße und auch auf die Barrikaden. Arbeiten bis 1964 statt 1962 mit der geplanten Anhebung des Rentenalters stößt Frankreichs Präsident Macron auf heftigen Widerstand. Die Gewerkschaften machen mit einem Großstreik mobil. Landesweit drohen Zugchaos, Flugausfälle und Massendemos. Der Streik geht um die Rentenpläne der Regierung und die sagt Reform statt Rentenkürzung. Die Rentenreform gilt als eines der wichtigsten Vorhaben von Präsident Emmanuel Macron. Die Regierung sagt, nur so könne das Rentensystem bei einer alternden Bevölkerung und zunehmender Lebenserwartung weiterhin finanziert werden. Außerdem soll die Zahl der nötigen Einzahlungsjahre für eine volle Rente schneller steigen. Etliche Einzelsysteme mit Privilegien für bestimmte Berufsgruppen sollen abgeschafft werden. Das erinnert uns doch ganz stark an die Massenproteste vor Corona, als Macron das schon einmal probiert hat, aber Corona sozusagen hier die ganze Sache ausgebremst hat. Ja, wie schaut denn Frankreich nun auf Deutschland? In der Debatte um die Rentenreform blickt Frankreich auch ein bisschen sorgenvoll auf uns. Zum einen wird dabei auf die längere Einzahldauer von 45 Jahren für eine volle Rente und das höhere Renteneintrittsalter mit 67 Jahren verwiesen. Und zum anderen aber auch das Bild eines schlechten Ruhestandes hier in Deutschland gezeichnet. In Deutschland sind oder seien die Rentner viel ärmer. Auch der Unterschied zwischen Ost und West sowie den Geschlechtern wird hier angeprangert. Also wir stehen in Deutschland offensichtlich nicht ganz wirklich so gut da, wie es mit den französischen Renten so aussieht. Und die Gewerkschaften, die französischen Gewerkschaften prangern die Rentenreform als brutal an. Die Gewerkschaften in Frankreich sehen in der Reform hart erkämpfte Arbeitnehmerrechte bedroht. Es werde sich vor allem die Lage derjenigen verschärfen, die von der Rente, die vor der Rente keinen Job mehr hatten. Auch der drohende Wegfall von Sonderregelungen stößt auf Kritik. Die Gewerkschaften schlagen als Alternative höhere Steuern für Reiche und einen höheren Arbeitgeberbeitrag bei der monatlichen Lohnabrechnung für die Rente vor. Was können wir denn eigentlich nun aus dieser ganzen Geschichte in Frankreich für uns in Deutschland lernen? Streik und Druck auf die Politik kann sich lohnen. Es geht ja um wohl erworbene Rechte, in die die Politik eingreifen will. Und das blüht uns ja hier in Deutschland auch. Ohne Not vor allen Dingen. Wenn sie denn wie seit Jahrzehnten gefordert die gesetzliche Rente zu einer großen, umfassenden Einheitsversicherung umgestaltet hätten, unsere Damen und Herren Politiker auch in den vergangenen Legislaturperioden sträflich vernachlässigt. Dann gäbe es möglicherweise heute die drohenden Finanzprobleme und ein zweitgeteiltes Rentenversicherungssystem in Deutschland nicht. Ich kann nur eines sagen, meine Damen und Herren, wer hier in Deutschland die Axt an die Rente mit 63 legt, entweder in der Form der Altersrente für langjährig Versicherte mit 35 Jahren oder in der Form der auslaufenden Variante der Altersrente für besonders langjährig Versicherte mit Rechtsstand zum 1.07.2014, der sollte sich nicht wundern, wenn es in Deutschland auch möglicherweise Streiks geben wird, weil diese Rentenarten und auch die Anwartschaften, die in diesen Rentenarten erdient worden sind, verfassungsrechtlich geschützt sind und die Politik sollte sich wirklich ganz genau überlegen, ob sie tatsächlich in diese Rentenrechte eingreifen will. Ich sage, wir benötigen in Deutschland eine große Rentenreform, eine umfassende Rentenreform hin zu einer einheitlichen Rentenversicherung, in der alle einzahlen, analog dem Vorbild Österreichs oder meinetwegen auch dem Vorbild Frankreichs. Aber was wir uns hier in Deutschland leisten, ein zweigeteiltes Rentenversicherungssystem, das ist auf Dauer nicht mehr möglich. Also meine Damen und Herren, machen Sie Druck auf Ihre Politikerinnen und Politiker, die Sie in Ihrem Wahlkreis im Bundestag vertreten. Sagen Sie denen ganz klar, was Sie von der Rentenpolitik, der aktuellen Rentenpolitik der Bundesregierung halten. Machen Sie einfach Druck, schreiben Sie denen Briefe und notfalls, wenn es nicht anders geht, sollte man auch mal über zivilen Ungehorsam auf der Straße nachdenken. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.